Heeeeya Willkommen zurück zu Way of the Samurai zur nächsten Nachname Session und zum nächsten Punkte Abenteuer Ja wir machen ein weiteres Abenteuer wo wir Punkte sammeln beim letzten Mal waren es 2 Folgen wie ihr gesehen habt es lag einfach an der Länge der Videos das war für ein Video viel zu lang und auch viel zu groß und deswegen ja waren es 2 Folgen ich hoffe es werden weniger jetzt aber ich kann es nicht versprechen aber es ist halt trotzdem weniger als 7 Folgen oder 10 Folgen wie so ein Abenteuer in Mafia geht und ja ich würde sagen wir können mit einem neuen Abenteuer anfangen natürlich geht es wieder darum Punkte sammeln das heißt wieder Leute töten und ja wir nehmen mal diesen Kopf hier und ziehen jetzt mal das an was haben wir das ist das Aha die Ordnung sieht echt aus so neue Waffe ich will mal die andere Waffe wählen ähm ich muss mal das nehmen und mal schauen was nehmen wir denn da ähh Kamikaze Binetsu ihr könnt ja mal das von Killzone nehmen ähm und werde mal eine zweite Waffe mitnehmen und zwar ja eigentlich die Härte 3 sollte auch reichen ähm die Gun zum Beispiel nehmen wir mal nehmen wir mal ein zweites Schwert mit mit Stärke 3 das ist mir besser ähm ja dann nehmen wir mal die beiden und ich würde sagen wir können direkt loslegen und ja machen natürlich immer wieder unser obligatorisches Training wie es sich halt gehört ihr wisst es ja was hier so los ist hallo und tschüss gehen wir mal vorbei und ja nehmen wir andere Entscheidungen diesmal heute ja ich sag mal heute ich weiß noch nicht wie lange wir brauchen und mal gucken was wir für Entscheidungen treffen können besser gesagt die weiß ich mich auch nicht genau und einmal gehen wir mal hier hin und holen uns hin das Schwert und greifen wir damit an und dann hm sie fällst ja nicht aus ja naja naja Nishimori naja 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 Mist, ich hab drei Männer verloren! Ja, das wär noch mehr! So. Woher? So. Ja, das wird ein paar... Das wird mir länger dauern. Aua. So. Oh! Das war noch mal was. So. Oh nein! Er ist schon sieben von uns erledigt! Ja. Komm her. Kimura! Komm her, hä? Nein, lass es! So. Das war nichts. Das war noch nichts. Gut. Mach's halt so. So. Oh, mal umbringen her. Ja, mehr. Ha, ha, ha. Au. Ja, ich versuch ein bisschen ein paar... Bei Buddha! Zehn! Ich versuche mir ein bisschen was... ...zumachen her. Bisschen... ...techniken zu lernen und so. Aber... ...kenn ich den gar nicht ganz hin! Ja? So. Komm her. Was willst du, man? Keine Chance hast du! So. Komm her! So. Okay. Last of the story! Du hast ja Nerven! Ja? 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 Die haben keine Chance! Wie immer! Ja? Ah! Einmal abspießen! Ah ja! Aufspießen meine ich! Oder durchspießen! Wie immer man das sagen möchte! So. Wieder ein bisschen eintönig! Ich weiß! Manchen gefällt das auch gar nicht! Aber... Wenn ich alles zeigen möchte im Spiel, muss ich das einfach machen! Ne? So sieht's aus! Geil! So. Das war... Das war... Das war... Die Belastung wird gesperrt, aber es hat überstanden. So. Wichtig! So. Naja. Oh! Zwanzig! Chez! Hey! Hey! Da hast du einen Scheiß! Mach's einmal mit mir hier! Wir werden mit alle Kleidungsstücke dann auch! Sind wir auch ein Vorteil! Der hat das Geld für uns! Danke! Nehm mir gerne mit! Könnte ich nämlich gut gebrochen, um das Schwert zu härten. Das war nämlich wichtig! So! So, komm her, dankeschön, oh, legt zwölf einmal hier, so, okay, ach ja, so, ey, überlebt, ja man, wenn der, wenn der so irgendwie die Tropfen im Schwert hat, müsste er eigentlich umkippen, aber naja, hier nicht in dem Spiel, aua, au, so, mal lange mal, gleich mal nachdenken, wie wir das machen, mit der Linksenergie hier, so, komm her, Nishioka, so, na, dann halt nicht, Huri, 30, erst 30, so viel noch von uns, so, Ja, 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 nur sieht's aus, na, komm her, Sakai, mal kurz hier hin, ach, lass den Mist, hier raus, ja, so, ich wollte doch nur ein bisschen Rettig nehmen, ja, wenn wir so vorsichtig, umgekehrt mit dem Schwert, kann nix passieren, also, aber gut, wir haben noch keine schwere Technik, äh, gelernt, ne, kann man sagen, das war nix, danke, weg, weg, geh weg, verdammt, kipp doch immer um, meine Güte, das immer so lange brauchen, um nur kippen, ach, vielleicht kann das ja, so, der hat keine Chance, der wird einfach abgemetzelt, ja, so sieht er aus, guck, der will der Schläger werden, weil das wirklich die schnellste Möglichkeit ist, Punkte zu sammeln, ähm, also macht man das am besten auch so, so, komm her, so, Tsukano, ja, komm her, Chiba, ja, verdammt, na, kann man auch jetzt heißer, hey, ich wollte nur ein bisschen Geld sammeln, sonst hast du viel verlangt, ha, so, ach, komm her, Yoshida, ey, hätt ich besser machen müssen, so, naja, Maeda, ich block hier auch fast, ich block hier auch fast gar nicht, ähm, ich mach das jetzt ziemlich einfach, blocken, mach ja gar nicht, ich greif, ich greif höchst ja an, als sie, das ist der einzige, was ich mache hier, so, naja, komm her, so, ey, das war auch nicht so gut, da kann ich auch gerne nicht mehr blocken, so, das war nix, oder was, so, was will der, hm, Moreta, Abgemetzelbürste, ganz schnell, das, Murata, so, 50, Halbzeit, ich will kein schnuppes Schwert, da rein damit, das brauche ich nicht, schnuppes Schwert, brauche ich nicht wirklich, ne, so noch nicht, er wollte, er wollte mich angreifen, hat ja Nerven, glaub's ja nicht, er wollte mich angreifen, wirklich, so, danke, ey, lassen, Mistah, ich brauche Geld, um mir, um mir die Verbesserung des Schwertes zu leisten, so, naja, so, ja, ich mach auch mal kurz hin, hier gibt's hier auch, neben Energie, hier gibt's auch n Rettich, so, ja, alles kein Problem hier, oh, daneben, au, lassen den Scheiß, lassen, Mistah, ne, da nehm ich die Tür auch mit, ja, hat ja, hat ja gar nicht angegriffen, wenn ich das wollte, so, ja, kein Geld, kein Geld liegen lassen, aber die Straße liegt, wo man gleich aufnehmen, und wo gibt es ja nicht also 60 man der kann es gut ja ich weiß hab ein bisschen erfahrung gesammelt so machen wir, he? hey lasst den Mist, he? 60, nehmen die helft einmal zu holen ja, hier natürlich auch, nehmen die auch gerne mit, weil es passt auf diesen Weg dahin so beim her, he? mutter so was wird das denn? darf ich nicht hin ach, dachte ich kann ihn treffen, aber kann ich sogar hingehauen so man messt sich einfach durch, ey, wie nah an los wie man ist ja die geben ich auch nicht auf, ja? offenbar scheinen es viele Bauern zu geben, die Training machen wollen für den Samurai als Trainingsobjekt naja aua das ist ein Mist, he? so so komm her 70! unglaublich! die ersten 70 ja ja die ersten 70 werden das so naja nishimori ok ah wir haben neue Technik gelernt was war das denn? wieso habe ich ein Schwert aufgesammelt weil ich ihn nicht haben wollte, kann man kurz sehen und das Kampf ist immer kurz als Test hören ist halt voll realistisch ja ja wow wow das war auch mal was, ey das war auch mal was, ey das war auch mal was, ey ja leon nehmen wir ja ein paar so seine Techniken noch so, warum so viel auf einmal her so naja moreta mal wieder das hätte ich nicht mehr gehabt leider sterben wir nicht wirklich hier die kommt noch mal einfach wieder wie das funktioniert keine ahnung die bluten und äh die sterben 80, aber es ist noch nicht vorbei nee, lange noch nicht so 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 johann joe, der wird einfach cool sein erledigt der wird einfach cool sein erledigt, der Typ so joh das hat überlebt weil ich nicht schnell genug war So. Haha, der ist voll übel, ey. Er wird in die Luft geschlagen und dann wird der erledigt. So. Danke, Geld nimmt immer mit, kann immer gebrauchen. So. Ach, mehr, ja. Ja, auf Härte 3 sind wir ganz gut oder auf Härte 4, ich auch. Auf 5 brauchen wir nicht. Wirklich, 5 ist wirklich das Hauptschwert, 3 davon kommen aus. 90, weiter so. Dann bin ich hier gestalpert. Was ist denn das denn? Was ist denn Mist hier? So. So. Ach, was willst du denn? Was willst du, Mann? Komm her. Ja. Ha, Radar. Ja, der blockt schon oder nicht, ich greif trotzdem so an. Wie dämlich. So. Das ist voll übel, ey. Mit dem Angriff, ey. Ey, Luft geschlagen und dann da hin. Hahahaha. Alter, ist das brutal. Irgendwie. Guter Heise. Ja, ne, ich will nicht. Ist ja keine Gewaltdarstellung hier, aber das ist brutal. Wenn man sich ja vorstellt zumindest. Wenn es mal eine Gewaltdarstellung wäre. So. Ich sag, die bluten ja. Deswegen. Ja, die müssten ja alle sterben. Oh. Oh. Danke. Und Jan nimmt immer ein Geld mit. Danke. Und dein letzter. Du hast es geschafft. Du hast 100 mehr Lieder gestreckt. Für die ersten 100. Hier, nimm das. 10 Yen. Na, wie wollen wir jetzt erhalten? Wenn du wieder mal trainieren willst, komm einmal vorbei. Ja. Vielleicht kann man wirklich das nicht alles in einem machen. Dafür besser. Alle Samurais auf einmal töten. Die bereits in Yen. Das ist gar nicht mehr schlecht. Äh. Dann werden wir. Dann gehen wir jetzt nochmal. Regenerieren. Dann machen wir mal so ein Rettich. Und dann können wir nochmal zurückkehren machen. Und dann ganz nochmal. Naja. Ja. Wie sieht es ja eigentlich aus mit den Techniken. Äh. Was haben wir da? Haben wir auch noch nicht so viel gesammelt. Aha. Das kann doch alles keiner. Hahaha. Ja. Das kann doch alles keiner. Das kann doch alles keiner, finde ich. Ich kann es zumindest nicht. Hahaha. Ja. Ja. Um die ganze Techniken zu lernen, dass wir ihn hinkriegen. Ja. Also sie. Sie. Bei Fighting Games. Ähm. Darf ich auch irgendwie nicht tasten. Und irgendwie. Hauptsache der Gegner geht K.O. Ja. Oder stirbt in dem Fall. Ja. Also. Wo ich spiele. Ich bin da kein Pro. Absolut nicht. Da werde ich auch nie werden. Dafür habe ich auch nicht die Muße zu. Bei solchen Spielen. Bei anderen Spielen. Na. Versuch ich mal so. Bei anderen Spielen. Gibt es so bei ein paar Genres. So gut zu spielen wie möglich. Aber. Naja. In der Regel. So für mich selber. Eigentlich nicht. Ja. Hm. Du siehst ja nettig aus. Ja. Wie eben. Ey. Der hat mich zusammen getroffen. Oder ich ihn getroffen habe. Was soll das denn? Hä? Was gibt es eigentlich mal? Ja. Danke. Meine Güte. Bei mir hat er einen Splatter aufgesammelt hier. Ah. Unglaublich. Ey. Mist. Wir haben drei Männer verloren. Ja. Sieben was ich fehlen noch. Das ist cool. Das ist doch genial. Ja. Ja. Ohja. Ja. Der hat einen Rettich. Den lass ich mal noch liegen. Das Geld landen. Das ist ja den mal liegende Rettich hier. Den brauchen wir noch nicht. Hä? Ja. Der liegt immer noch. Oh nein. Er hat zu sieben von uns erledigt. Ja. So ist es. Aus. Das ist meine Aufgabe hier. Das ist das Schwert von Kitscho. Ja. Der kann damit viel besser. Der kann damit viel mehr anfangen als ich. Das ist ein Problem. Oh. Was soll das denn? Das kann ich auch nicht mit dem Schwert von denen. So. Bei Buddha. Zehn. Du bist der Nächste. Du bist der Hälfte. So. Okay. Komm herher. So. Komm her. Ich weiß nicht ob der irgendwann verschwindet. Ich liebe kein Risiko an. Ich will nicht dass der halt abläuft. So. 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 Kamiyama. Leider gibt es noch kein besonderes Geld. Aua ey. Wie hat er das denn gemacht mit seinem Schwert? Wie macht er das? So. 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 Der ist ganz nett mit nerven gegangen, der Typ. So. Nerven mehr, häh? So. Hey, hab doch geblockt, verdammt! Mann, der hat ja nerven her. So, danke schön. Einigen. Wie da liegt nämlich wieder das Schwert da rum her. Ist ja auch noch ne beschränkte Anzahl, denkt ihr mal, bevor der da auch wieder ausgeblendet wird. Das ist ja... Wie gesagt, bei den Menschen eher damit zusammen wegen dem Bradfield Patch oder wegen den Gründen. Vielleicht weil der Bildausschnitt größer ist, da, weiß ich ja nicht, kann das nicht sein, dass das damit zusammenhängt. So. Das gibt's denn nicht. Das gibt's doch gar nicht, ja. So, komm her, wo sind die nächsten? Hallo? 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 Da seid ihr? Habt euch überlegt, was ihr machen sollt, hm? Gegen mich. Gegen Super-Samurai. Schwachen Schwert. Ein nicht besonders hartes Schwert, dann wieder so. 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 Der Ball auf einmal. So muss das sein. Ja. So läuft das gut abher. Er nimmt dann in der Luft an das Schwert, weil er dann tritt. Also der stirbt beim ersten Mal, dann tritt er und dann nimmt man das Schwert damit auf. Auch interessant, ja. Aber kriegt mir nicht mehr Gefühl in dem Fall. Aber sieht interessant aus, ja. Wenn er in der Luft an das Schwert aufnimmt. Während, während des Sprungs quasi. Komm her. Komm her. Komm her, ey. So. Ach, komm her. Aramaki. Geld, Geld, ich brauche Geld. Danke. Das Geld muss sein. So. 30. Da haben wir fast die Hälfte wieder erreicht. So. Haben wir kurz abgestochen. So wie es sich gehört. Gegen so einen komischen Bauern her, der gar nicht fangen hat. So. Ah, jawoll. Oh ja. Ja. Mit der Trittbewegung nahm holt er dann in der Sprechberg. Oder er ist halt Fallen lässt raus. So. Hey. Das machst du nur einmal mit mir. So. So. Einmal in der Luft geschleudert und dann ist der da hinten. so. Ich halt irgendwann fallen lassen. Wieder ein Yen. Oh einer. Oh und nur EIN verdammt. Gut. Ich hau egal, ob nur Einer ist. Einer des besorgt keiner. Wer denn Yen nicht Ehrt. 1 EUR NICHT wert. Oder so. Ich weiss nicht. Eigentlich wäre es eine Mafia. Wenn ¿1 Cent ehrt? 1 EUR NICHT wert. Ja shall not. Ja. Ich kenn. Ich kenn die Unterteilung bei Yen nicht. Ich weiss nicht, ob da eine Unterwährung gibt, also, ja, so zu unserem Cent als Vergleichung, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von Japan. Für zur Pflicht, was sie nehmen, was die kleine Währung der kleinen Yen ist, so gesehen. Wir haben ja den Cent und den Euro, ja, was hat Japan? Ich kenn nur noch den Yen, persönlich. Also, keine Ahnung. So. Deswegen kann ich das an ja nix sagen. Das übersteck meine Kenntnisse. Ja, das hat überlebt, das ist doch nicht. Ist ja gut, du kommst auch dran. Ja, komm her, Murata. Ach. Nein, lass den Mist da. So. Ja. War schneller als ich, ja. Gehen wir mal zurück. Jetzt mal wieder herlocken, her, komm her. Ja, die Kamera ist wieder doof gewesen. Wie sie halt so ist, ne. Man kennt das ja. Ja, die Kamera wechseln, das hat nicht so gut gelungen in dem Spiel. Weil die Steuerung sich dann vielleicht ändert immer irgendwo, manchmal auch nicht. Das kommt immer noch dazu, manchmal auch nicht. Manchmal, weil die Steuerung auch genau so wie es vorher war. Aber anderen, Kamera wechseln, dann ändert sie sich plötzlich. Das ist nicht so gut gelungen. Ähm. 50. Halbzeit. Und er hat einen Rettig gebraucht. Ne, gut. Zwei. Okay, ne. Hat ja auch einen ganz früh. So. Komm her. So. Komm nochmal dran her. Ah, der war so ein Terrellach so auf dem Boden und wurde nochmal hochgeholt. Ach. Da war auch ein Zombie. Kurzzeitig. Hm. Kurzer, kurzer Zombie. Ja. Na. Na, Kano. Du Kanole, hä? Ey, wir würden zu aggressiv und aufpassen. Wir machen Schwert. Ich hab ja immer Härte 1. Auch wenn man ziemlich viel damit machen kann. Mit Härte 1. Mehr ist bei anderen Schwertern. So. Komm her. Ey, ist das nicht abgeblockt. Das ist ja gar nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt hast du ihn verloren. Der hat sich, war, hat sich tapfer, äh, ja, durchgehalten. So ist er auch. Aber. Na, komm her. Numata. Alle haben immer dieselben Namen hier. Der ist nach Zusatzgenerator hier auch vorbei. Der Namensgenerator. So. Das gibt's doch gar nicht. 60. Mann, der Kerl ist gut. Ja, hab ja auch extra geübt. Ein paar, paar Folgen schon. Hier, kein Anfänger mehr hier. Aber wir machen was schwer. Aber ne, schwer mach ich mir jetzt nicht. Nein. Mal überlegen mal. Let's Play muss ja einheitlich sein. Entweder, entweder schwer oder gar nicht. Mal normal. Wir machen normal. Blach, blach, blach. Blach, blach. Blach, blach. 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 Zwei. Blach. green. Noch mal. Blach. komma nach vorne, weg. char Hen kenn auch reden. Das ist versteck. Das ist nicht so gut gelungen, naja. Ihr könnt ja mich wieder fern angreifen. Ihr könnt ihn blocken, feller. Weil auf normal aufzunehmen. Weil auf normal auf einfach ist das glaube ich so, man muss im Grunde niemals blocken, weil die Gegner kaum angreifen können, weil man schneller ist als sie. Dann hat man auf normal, ja, muss man auch manchmal blocken, also manchmal auch abwehren, und auch schwer, ja, mit Abwehr beschäftigt, so siehts aus. Und hier will ich ihn dann nur abwehren, machen wir keine Sorgen. Aber man macht so und durch Fehler, wie jetzt eben. Ja. Hier gehts wieder nicht besser als eben, ey. Hab kaum weiter umgebracht. Ey. Was ist denn den Mist, ey, bohrt das Scheißdinge mir rein. 70, unglaublich. Ja, 30 noch. Ja, hier könnte man mal 80 auch aufhören, aber mach ich nicht. Wir machen das komplett bis am Ende. Weil eigentlich muss man 80 glaube ich töten, um für diesen wilden Schläger, weil Prügler das heißt. So. 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 Kamera weg. So. 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 Kamera weg, So. wir doch nicht haben, wir können dich einfach drin lassen, dann nimm ja keinen mehr auf, aber naja. Hey! Lass du dich raus! Was willst du? Naja. Ushiyama. 80! Aber das ist noch nicht vorbei! Was hast du das jetzt gemacht? Werde aber da Mist nochmal, ey. Verarschen. Ich will mir ein paar Rettig holen hier. Samurai muss doch mal flüchten. Komm her. Ja. Das war ja auch nicht so gut gemacht wie eben. Dankeschön. Jetzt geht's viel besser. So. Ich mach mal kurz das Wenden hier. So. So. Du musst doch immer gehen hier. Ganz schnell. So. Und wo kommst du denn her? Komm denn jetzt her hier. Lass du den Scheiß mit mir. Hä? Das machst du nicht. Machst du nur ein paar mal wenige Male mit mir. Ja. So. Nieder Nien. So. Ah. Da hat der Nien auch gleich mitgenommen in der Bewegung. Aber nicht schlecht. So. Das hab ich mal. Das hab ich mal. Das hab ich mal machen. 90. Weiter so. Hab ich mal abgeschlossen hier. Unser Training her für heute. So. So. Das war ja nix. So. Ach ne. Ich will dem Aschen dazu. Ich bin der Supersamurai. Du nicht. Du bist nur ein normaler Bauer her. Aber was auch mal. Du bist keine Ahnung. Ja Bauer normal. So. So. Yen Yen. Alles gern gesehen. So. Das gibt's ja gar nicht. Du blotst da ab. Oh nochmal Yen. So. Ja. Danke. Was willst du denn? So. Nochmal Yen. Das gibt's ja gar nicht. So. Ha. War schon Abschluss. Du hast es geschafft. 100 mehr niedergestreckt. Jawoll. Hier. Nimm das. 10 Yen. Super. Wenn du mal wieder trainieren willst. Komm einfach vorbei. Ja. Beim nächsten Mal. Und vielleicht ein anderer Kenji. Wie. Wird das sicherlich sein. Ein anderer Kenji. Wird das dann wieder sein. Ah. Ja. Ich wollt ja mal gucken. Wie viel Geld haben. 62 Yen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Der wie gesagt. Ach. Hoffa. Mach weiter so. Ähm. Ich weiß. Du musst mal den ganzen Tag wachsam bleiben! Dieser Regierungsbus geht mir auf die Nerven! Äh, wer bist du? Hiiii! Du bist ein gefährlicher Zeitgenosse! Du wachstest einen Polizisten zu bedrohen! Das wirst du bereuen! Naja, kann ich nicht töten! Nicht jetzt zu dem Zeitpunkt! Das machen wir auch nochmal! So! Okay! Denken wir nochmal hier! Ipomatsu! Da muss ich auch mal gucken! Eine Waffe fehlt mir auch sowieso noch bei den normalen! Aber die haben keine dabei! Ähm... Die haben keine dabei leider! Naja! Gut! Hm... Ob der Kerl ein Kunde ist? Ja! Ich bin der Inna Tod! Ich bin Dojima, der Schwertschmied! Das ist meine Schmiede! Hallo Dojima! Ähm... Was wollt ihr? Ich will, dass ihr mein Schwert ansiehst! Soll ich euer Schwert verbessern? Ja bitte! Was soll ich mit eurem Schwert machen? Härte es! Das kostet 2 Yen! Habt ihr so viel Geld? Ja! Wartet hier! 2 Yen ist ja nix! Kann man sich sicherlich leisten! Wird das Schwert auch viel besser! Wie es sich gehört! Es ist vollbracht! Die Haltbarkeit eurer Schwerte steigt auf eine Stufe! Gebt mir jetzt 2 Yen! Willst du das Geld? Kann ich sonst etwas für dich tun? Ich will, dass du mein Schwert ansiehst! Immer noch! Soll ich das Schwert verbessern? Ja bitte! Was soll ich mit meinem Schwert machen? Härte es! Das kostet 8 Yen! Habt ihr so viel Geld? Ja! Wartet hier! Okay! Viel besser die Schwerte hier! Wie es sich gehört! Es ist vollbracht! Die Haltbarkeit eurer Schwerte steigt auf eine Stufe! Gebt mir 8 Yen! Hier ist das Geld! Kann ich sonst etwas für dich tun? Mal gucken! 52 Yen haben wir mal noch! Ich will, dass du mein Schwert ansiehst! Willst du mein Schwert verbessern? Ja bitte! Was soll ich mit meinem Schwert machen? Härte es! Kurz um 18 Yen! Seid ihr einverstanden? Ja! 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 Bin ich auf jeden Fall! So! 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 Komm her! Ich bin fertig! Sehr gut! Ich habe keine Schwerte steigt auf eine Stufe! Gebt mir 18 Yen! Hier ist das Geld! Kann ich sonst etwas für dich tun? Ähm! Weil wir das gewechselt haben! Vielleicht verwenden! Ich will, dass du dir mal dieses Schwert ansiehst! Soll ich mein Schwert verbessern? Ja bitte! Was soll ich mit einem Schwert machen? Härte es! Was kann ich euch auch trainieren? Seid ihr einverstanden? Ja! Wartet hier! Ja! Natürlich kriegt man richtig viel Kohle! Kriegt die beste gute Schwerte hier! Alles gut und schön! So! Oh ja! Widerstandsfähiger! Ich bin fertig! Die Alverkeit des Schwertes steigt auf eine Stufe! Gib mir 18 Yen! Hier ist das Geld! Kann ich sonst etwas für dich tun? Äh! Nichts! Ich muss weiter! Bis bald! Ja! Machs gut! Machs gut! Kudojima! So! Jetzt können wir nochmal... Die sind gerade fertig mit ihrem Pläuschchen! So! Jetzt gehen wir zur Station! Jetzt triggern wir den nächsten Tagesabschnitt! So! Willkommen in Anaguri! Hey! Ah! Du bist... Ich frage... Ich habe ihn noch nie gesehen! Ich frage mich wer er ist! Ah! Möchtest du etwas essen? Ähm! Ja bitte! Ja! Es dauert nicht lange! Bitte warte hier! Zuzu! 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 Mein Rücken tut weh! Ich brauche eine Massage! Oh nein! Nicht schon wieder! Aha! Entschuldigung! Ja! Wie schmeckt das? Äh... Schrecklich! Du bist ein ehrenhafter Mann! Tut mir leid! Ich habe ihn noch gar nicht vorgestellt! Mein Name ist Don Dona Toulouse! Die Menschen hier nennen mich Dona Dona! Ich habe geschworen wie ein Samurai zu leben! Haha! Ich werde den Rest meines Lebens in diesem Land verbringen! Ähm... Sehr lobenswert! Ja! Also... Bist du Kenji-San? Lebst du auch nach den Regeln der Samurai? Äh... Ja! Ich bin sehr froh, dass du so denkst! Zuzu-San hat ihre Eltern im Krieg verloren! Kurikishi-San, der Besitzer des Gasthauses, hat sie gerettet! Oh nein, Don-San! Wovon redest du? Ich muss kämpfen, um Menschen... ...wie Susu zu retten! Ähm... Hm, du bist süß! Ah! Gut! Haha! Ja! Genug geplaudert! Ja! Komm schon, beweg dich! Wieso hört ihr nicht auf mich? Hm... Ich habe euch tausendmal gesagt, dass ihr verschwinden sollt! Ja! Du bist Seratoca und Familie Kuru! Ich wollte, dass es Friedli abzieht! Aber wenn ihr euch weigert, bleibt mir keine andere Wahl! Hilf ihm am Aufräumen! Ja! Jawohl! Aufhören! Halt's mal an, der Möchtegertamorei! Kuba! Don-San! Ah! Aufhören! Kuba! Hier weg! Tschüss! Bitte warte! Kannst du uns helfen? Ah... Das gibt mir alles nichts an! Oh! Ha! Du bist schlau! Ja! Sind wir in der Tat... Hehe! Mein Fluch der Griffen hat gleich noch keinen Nerv auf dieses Theater hier mit Shiritoko! Ja! Gut! Nächster Tagabschnitt! Die haben wir mal etwas kurz ausländen mit unserem letzten Mal! Komm her! So! Ja, mir egal! Komm her! Ziemlich viel fortsetzen direkt! Hab nämlich keinen Nerv! So! Okay! Jetzt geht es gleich weiter! Zum Schreiendort holen wir unseren Ninserschwert ab! Hier haben die... Hat der... Hat der eine Waffe? Nee, haben die nicht! Dann haben die... Nee! Haben die nicht! Keine besondere Waffe! Will doch diese Eisenkuchen noch haben! Seit Madame Murasaki hier ist der Kuro völlig besser! Ja, schön für den Kuro, aber interessiert mich nicht! Diesmal nicht! Pam! Hat mich oft genug interessiert! So, komm her! So! So! Hier wird es glaube ich ein anderes Schwert noch geben! So! Genau! Von dem Typen! Oh! Hey du! Soll ich dir ein kleines Geimdienst wie die rindende Kuche verraten? Ach! Ach! So! Komm her! Toyoko! Aber haut das Schwert vielleicht? Wird neben sowas schon? Ja, nein! Ich weiß nicht, was das für ein Schwert hat! Ja! So! Trioca! Kann ich wirklich so sein, dass ich schon einmal erlangt habe, aber bin mir nicht sicher! Wenn ich mir mal als zweiten Doppelschwer doppelt! Tojoko. Du hast keine Hongas, du, ey. Hey. Tojoko. Keine Hongas, du, wegen mich. Hab mir noch so gut vor, probier es. Komm her. Ah, war nicht gut gemacht. So. Komm her. Keine Hongas, du, also ausgewichen. Glaube ich ja nicht. Ne, Kasch. Wie heißt das Ding? Katschuuu. Hugetsu ist das, ja. Klar, kann jeder ausbrechen. War gar nicht mal so schlechtes Ding, ne. Wir haben ihn erwischt. Ja, wir haben ihn erwischt, würde ich sagen. Ah, ja. Kann man nächstes Mal mitnehmen gleich. Dankeschön. Wieder das Schwert, sag ich mal dazu. Ja. Und ein neues Schwert erhalten. Was hast du? Ach, scheiß Pilzer. Ja. Oh, Samurai eigentlich, der hier rumläuft, aber... Ja, der war nicht so gut wie wir. Haha. Ah, Kamerawechsel und dann so ein Mist, ja. Grässlich. Kamerawechsel, der Horror, den ich spiele, ehrlich. Die mehr, die weniger. Ach, dankeschön. Und Don den Rimmchen nicht, diesmal. So. Okay, jetzt gehen mal, kümmern. Ach, ne, den Rimmchen auch nicht. Auch kein Nerven drauf. So. Hier sind wir nun mal Punkte sammeln. Das Schwert haben wir jetzt auch noch erhalten zusätzlich. Alles gut, würde ich sagen. Es gibt immer noch was zu decken hier im Spiel. Wir finden uns auch noch, wie spiel ich, wie spiel ich, wie spiel ich. Ich glaube für uns fehlen noch drei Schwert, drei besondere Schwert von Leuten, die es nur einmal gibt. Ne, vier. Ähm. Ja, die werden aber nicht alle jetzt in diesen Sachen hier vermachen, kriegen. Was die ja nicht alle machen. So. Okay, komm her. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte da. Ich wollte hier raus. Das wird jetzt ungemütlich, diese Situation hier. Ich hole die ab. So. Ich wüsste eigentlich dazu nur. So, wollt ihr den Pass verlassen? Wollt ihr den Pass mit euren Partnern verlassen? Ach, das Spiel wird beendet. Das Spiel wird beendet. Ja, den gehauen wir dann ab. Dann haben wir einen weiteren, einen weiteren Abschluss erreicht. Kellen, die hat den Pass verlassen. Ah. Gibt wieder Geld. 250 Punkte. Wie immer übler Schläger. So hieß das. So. Haben wir 1.000 jetzt. Ja, 1.000 Punkte. In einem Kampf nur noch sind zusätzlich viele Figuren verfügbar. Ja, drei Stück, aber leider kein neues Gesicht. Ja, blöd. Blöd, blöd, blöd. Das heißt, wir müssen nochmals machen. Ich glaube 3.000 Punkte brauchen wir, um das ganze Spielfahrzeug stecken. Können uns vielleicht noch so lange eine Weile dauern. Ja Gott. Das war es jedenfalls trotzdem mit diesem Abenteuer. Ich hoffe ihr habt euch Spaß gehabt an den beiden Kämpfen. Ja, nur zwei Kämpfe. Ein großer und ein kleiner. Und ja, deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Denkt in die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit bis zum nächsten Mal.